Ne. Nein! Er guckt da so. Vor allem, wie er noch hochgeguckt hat. So, hä? Oh Gott. Oh nein. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video und zu heute, meine Lieben, Crankit. Ja, Hallöchen. Und wir werden heute mal so auf die besten Fails, besten Kills und lustigsten Momente in Fortnite reacten. Checkt auf jeden Fall unten gern den Cranky ab, der hat das schon mal mit mir gemacht. Das kam sehr gut an. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und schreibt ihr auch gerne in die Kommentare, welchen Moment oder welchen Kill fandet ihr am coolsten. Und wenn ihr noch coole kennt, postet die doch einfach gerne rein und ich ziehe sie mir dann später rein. So, was macht er? Ja, nice. Oh, herrlich. Das ist so cool, Mann. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt stirbt er. Hexe nach Watson. Jetzt light. So, wie machen die Leute like Jim- Today? Huh, huh? Oh nein. Hahaha! Ja, blöd, speaking about played. Okay. Ja, weiter. Ja. Wie macht er? haft mal diese Spauen, gell? Boah, mach dann ja noch. Greste geht, höfelt Nietzsche? Geht vielleicht ohneropic Schmutz. Drehen. Oh, 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 Scheiße. What the fuck? Ja. Ja, er hat sich gegönnt. Ja, war richtig. Was? 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 Alter Schwede. Okay, krass. Das war gut. Das war ein One-Shot. Krass, ey. Nein. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Immer gut. Ja, was für einer. Krass, die PC-Spieler, die drehen halt völlig durch. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Der Standard-Move. Zwei Wände in der Treppe. Ausgenockt. Holy shit. Oh, shit. Und ihr juckt es nicht mal. Er ist es gewohnt. Siehst du, er reagiert. Er reagiert nicht mal. Wie ruhiger bleibt. Es ist ihm so voll. Guck mal, er ist es voll gewohnt. Ich würde so Backflip machen, ne? Ob wir so den Hals brechen. Ja, ihn hat's überhaupt nicht gejuckt. Ja. Überhaupt nicht. Krass. Oh, oh, my God. Er hat ihn jetzt einfach so aus dem Ding getroffen. War das No-Stop niemals. Doch. Oh, my God. Aber da hätte ich auch so reagiert. Er baut ihn an. Hast du gesehen, wie perplex der Typ stehengeblieben ist? Ja. So richtig so, hä? Was ist das denn? Oh, geil. Vor allem, er versucht, sich nicht mal rauszubauen. Siehst du, er bleibt einfach drin. Ja. Geil. Oh, nein. Er ist die Tür jetzt drin. Oh, nein. Er ist die Tür jetzt drin. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe ihn auch schon öfters gesehen. Ist cool, wo er seinen Layout hat. Ja, ja, ja. Irgendwie auch cool. Was macht er? Hat jemanden gesehen? Oh, lol. Oh, lol. Nee. Oh! Nein! Er guckt da so! Vor allem, wie er noch hoch geguckt hat. So, hä? Geil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, den trifft er jetzt auch nicht. Ja, hab ich auch erwartet. What the fuck, ey? Waren das zwei? Oh mein Gott! Ja! Oder? Das waren zwei auf einmal, ne? Ja, krass. Oder? Und das waren zwei Zahlen, oder? Hintereinander, ja. Holy shit. Okay, wer ist er? Kenn ich gar nicht. Er steht auf jeden Fall auf Schachbrettmuster. Genau. Sag bloß, ey. Das kann man doch nicht treffen. Das kann man doch nicht treffen. Wie ruhig er bleibt sogar. Ihn juckt es gar nicht. Er ist voll gewohnt. Wie du sagst. Ich habe einen Godshot entwickelt. Wir sind da. Das ist so krass, gell? Okay, was geht der jetzt? Fünf leben noch. Oh, 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 oh. What the fuck. Sag mal. Stabil. Was geht denn eigentlich ab? Kann man machen? Yo, alles klar. Ja. Mit dem Revolver. Ja. What? Er kann es selber nicht glauben. Zurecht. 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 Okay. Oh, Raketenwerfer. Crazy. Ja, rübersperren. Crazy. Ja, rübersperren. Crazy, ey. Yo. Wie er sich freut. Ja. Ich habe zwei. Er ist ein deutscher. Geil. Was macht er jetzt? Er chillt. Oh, er sagt bloß, er trifft den da hinten. Ich sehe den nicht mal. Das ist eine. Krass. 160, ey. Krass. Oh, das ist ein Pumper. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, er ist voll rein. Da ist doch der... Also, ja. Oh, fuck. Ja, really. Boah, das wird mich jetzt auch belasten. Vor allem, die hast du doch so gesehen, die Falle. Die habe sogar ich gesehen. Herrlich. Okay, und jetzt? Ich habe voll Bock wieder zu spielen, gell. Krasse Scheiße, ey. Was? Der Beste. Das war der Beste. Was? Das war der Beste. Krass. Der Beste, das geht. Boah, ich freue mich schon wieder voll, wenn wir spielen, gell. Ja. Nächste Aufnahme wird wieder nice. Ja, ich... Ich bin sowas... Juppa! What the fuck, er wollte ihn gerade snipen, gell. Weißt du, vor allem, die... Guck mal, ihn juckt es nicht, er ist es gewohnt. Er ist es einfach verdammt noch mal... Er ist es einfach verdammt noch mal gewohnt! Hä? Hä? Alter. Ohne Scheiß. So habe ich vorhin auch... So habe ich vorhin auch jemanden mit der Pumpgun ins Gesicht getroffen. Und es war kein Headshot. Krass. Wir schaden auf die Range. Krass. Es ist immer so krass, wie unbeeindruckt die manchmal sind, gell. Auch wie schnell die bauen halt, ne? Ja. Mit der MP auf die Distanz. Was da? Crazy. Let's go, baby! Let's go, baby! Wer ist das? Sieht aus wie EchoFresh! Es ist EchoFresh! Alle spielen Fortnite! Ist das? Nein. Oh das team ist von... Ohhhhhhh! Shit. Alle vier! Ja blöd! Wie geil. Kommt echt auf, gell? Ja, ne? Vor allem der ist auch total unbeeindruckt. Von allem, was er da macht. Ich glaub, der ist einfach nur konzentriert. Die freuen sich immer zum Schluss. Naja, freut sich irgendwie nicht. Nee, nur schon. Der ist es, glaub ich, gewohnt. Der ist es. Oh, okay, jetzt kommt ein bisschen Reaktion. Crazy. Es ist so crazy. Aber auch für C, oder? Geiler Typ! Geiler Typ! Ah, stimmt, da sieht man ja. Oh Gott, stimmt. Oh, ne, er trifft den. What the fuck. Hast du's gesehen? Ja! Geil. Nee! Ja, stabil! Gibt's doch nicht. What the fuck? Nein, er steht da so ganz lässig, der andere schießt und schießt. Ja, noch eine, noch eine. Oh, was war denn das? Ach, der hat's beide umgebracht! Nein, er hat gegen die Wand geschossen. Das hat vor kurzem auch der Sumi gemacht bei mir, in der Endrunde. Übelst belastend. Was machen die da jetzt? Das ist doch ein Gegner, oder? Ja, irgendwie, das kommt mir nicht ganz koscher vor, da. Hä? Ach, die haben ihn nicht bemerkt. Hä? Die haben ihn nicht bemerkt, guck mal wie er lacht. Nein, was? Die haben ihn nicht bemerkt. Die haben ihn einfach echt nicht bemerkt, oder? Die haben es nicht gecheckt, nee. Die Musik ist geil. Ja, war doch gut. Ja, sehr nice. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben an. Checkt auf jeden Fall Cranky ab, der hat auch ein Reaction-Video von uns hochgeladen. Da hat's auch richtig coole Clips. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ist euer oder wer ist euer Lieblings-Fortnite-Gamer? Was sind die besten Kills, die ihr je gesehen habt? Oder die lustigsten Fails, die vielleicht sogar euch passiert sind? Schreibt's gerne in die Kommentare und dann sage ich Dankeschön, Cranky, fürs Zeitnehmen. Ja, gerne, immer wieder gerne. Und Dankeschön an euch und wie gesagt, füffchen nach oben. Wir sehen uns in den nächsten Videos und wir sagen wie immer Ade mit E. Maché. Ja. Jo. 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 Jo.